Hey internet und youtube die zweite episode ist anscheinend gestern rausgekommen wir spielen weiter und hoffen auf diese blonde junge frau die uns retten wird in unser königreich marschieren wird sich ausziehen wird und sagt nehmt das als geschenk und ich sage so denke ich jetzt und sowas play das ist ganz eine andere story sorry i'm the sword in the darkness i'm the watcher on the wall john slow ja berühmter wir gehen episode 2 kopfschmerzenplatte reinhauen braucht man den königreichen dies i fear die north grove must never be last you're sending him to the wall the boys done nothing wrong the future of this house is in lord ethan's hands now i've decided to name you as my sentinel so right i'm just worried about my family the king was not inclined to offer help for your family are you willing to risk an alliance with the crown it's a risk i'm willing to take lord tyrian your mother asked me to cross the narrow sea to find your brother we don't want white hill men within these walls we don't want white hill men within these walls you can be my highborn ward e thiessen und zodiac 22 23 Musik Woah, it's just me, Besker Took you long enough Your ale's getting warm Or warmer, I should say Oh, okay You can stop pacing They'll be here soon Look at picture This stuff is weak compared to northern ale Look at spill This place could use a good Is that wine? Or blood Taste it and find out Okay, taste Lass mich nicht zweimal sagen Ist blood Bordeaux, ah, okay Nice having the place to ourselves, then Aber guter Jahrgang Oh, gib mir die sofort Dankeschön This was probably a nice place Before it was abandoned Their losses are gain Looks like we weren't the first to rough up the place Okay, haben wir alles durchgehe Hooker Hoka Ich weiß, das Räger So Sprechen wir gleich mit dir Ale Goes in yellow, comes out yellow Waste of time even drinking it You asked me Consider we found it in an abandoned tavern It's not bad This smell off to you It's the only thing in Yunkai that doesn't I know It's a filthy haven for thieves, murderers and other deadly bastards You should feel right at home I know I do May we drink, thieve and fight until the end I'll drink to that You'll drink to anything Yes, Mrs. Partish Have you forgotten about our honoured and exalted guest? Go see if he's still breathing How's he doing? How's he doing? We need him alive to collect his bounty After that Remind me again And what's this fat pig fucker's name? Bazak Zog Something or ever Don't care really So long as we get our gold 800 gold dragons for capturing him Lucky we caught him trying to flee Yunkai Lucky for us Not so lucky for him We should find more former slave masters with bounties on their heads I don't need any more naked fat men in my life, thank you They say only the poor know how to really spend money We'll buy the finest wines The best whores Sleep in a bed without fleas Sounds nice, doesn't it? Who needs the best whores when the bad ones are so much more fun? I knew I liked you for a reason My point is with enough coin we could do anything Go anywhere I could afford passage back to Westeros To Ironrath I've heard nothing from my family in years You mean go home? They treated you like shit there Kicked you out because you fell in love with a girl from the wrong damn house Gwyn A man doesn't choose who he loves Your family should understand that Westeros and its bloody houses Who fucking cares? It's not that simple In the north these feuds run deep Oh fuck the north We have a good thing here And any moment now we're gonna be rich Let's make a toast To all of us deadly bastards To us Aye, to us Oh, let's be Wait, 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 wait Biscuit? I thought freed slaves put the bounty on Bizarre They did With his own gold So why are the fucking lost legion here? Is that Tazal? From the Volantis job Maybe he's forgotten about that You! I told you if I saw you again Gizal Isn't it funny how life brings all friends together Not cut your fucking throats Fesker What happened to the last man who threatened us? I crushed his testicles in my fist Ow! It made sort of a wet popping sound Where is he? Where's who? Here 400 dragons They must be working for the wise monsters And that's all you're getting Na 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 The bounty is 800 You get four It's more than you deserve Help me Help me Help me Give us 800 and you can have him Don't be an asshole now We're all sells swords here We are nothing like you The lost legion are the blood of all Valyria And we are done taking orders from whimpering pigs Bloody hell And we're done with you too You two are going to be useful to me for once Not bloody likely The wise masters will hear how Asha Forrester kidnapped the venerable Bezak How he wouldn't take less than 800 gold dragons So he killed Bezak instead We were there to deliver swift justice So you steal the money And we get the blame Ponteos in ass Borgios men nomi jahoso kisikas Flip table Der alte flip table trick Sexy Oh Sexy Sexy Wer zückt, wer super Endlich Yay Fun times �� find a turn shut up shut up to be down to be down Yo a boy Come on man, man, man oh you know me you own me shit mit koko 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 kokoIS Was, so schnell war ich doch gar nicht? Ich Ja, sehr witzig Ich musste doch erst einmal hier hinklicken Das war es ein bisschen zu fast, okay? Okay, wow Okay I don't care Yay Yay Oh, oh, oh Und das geht weiter Keiner achtet auf die Frau immer Ah ne, da ist ein anderer Typ Fuck 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 Wer ist er? Mein Onkel Okay Oh We need to go Ich habe dich gefunden, mein Junge. Es ist viel zu lange. Was machst du hier? Dein Bruder Ethan sagt mir. Ich bringe dich nach Hause. Überspielen, überspielen, denn sonst geht das YouTube-Kleik. So, das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Mir fällt da nichts mehr ein, was ich dazu sagen könnte. Könnte, könnte, könnte. Wo ist die blonde Frau, die mir versprochen hat, mich zu beschützen? Jede Nacht in ihrem Apartment. Ich weiß nicht, warum sie ein Apartment hat. Vielleicht hat sie ein Pet-Haus-Apartment oberhalb der Sklavenabteilung. Und wir können darüber reden, was sie sagen. Wir brauchen nur noch so einen kleinen Schlafplatz für die Drachen. Wir brauchen eine riesige Drachen-Klo-Kiste. Ich weiß aber nicht, wer die sauber macht. Ich hab noch nie Drachen-Kacken gesehen. Wir brauchen eine riesige Drachen-Klasse-Die- wodurchsitzt. Not long now. Oh... Damn Forrester's. The hotel is so fucking far away. Oh. 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 Ich komme von den Tweensbeeren, den deaden von House Forrester. Lordly tarps von den looksenken. All right, wir nehmen sie. Well, sie sind nicht frei, sind sie? Wie viel Geld für sie? Sir Eiland. Du wieder? Ich... 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 Ich war... Ich war... Ich habe das in Duskendale. Nein, ich... Das Haus hat die Verlust von vielen guten Menschen gegeben. Und Sie haben hier zu kommen, zu haben Vorrester. Leid! Jetzt! Ich hab ihn in den Ruhm. Wenn Sie hier wieder zurückkommen, dann werden Sie nicht verlassen. Entstanden? Ich habe ihn geklickt. Ich habe ihn in den Ruhm. Ich bin entspannt, Herr. Ich bin entspannt, Herr. WHAAAT? WHAAAT? Ich habe ihn geklickt. Was ist denn? Was ist denn, Herr? Das ist noch alive. Ich habe ihn geklickt. Wer sind Sie? Es ist mir. Roderick. Roderick? Roderick! Oh Gott, es ist Sie! Sir? Fett den Meister! Fett den Meister! Roderick! Mein Lord! Du solltest nicht wundern. Nein, wirklich nicht. Der Meister ist ein Puppe. Drink! Komm, jetzt. Das ist es. Roderick! Oh Gott! Ich bin in einem sehr schönes Moment in der Behandlung. Bitte, ich will sehen mein Kind. Wie ist er? Er wird leben? Wie er? Wie er? Herr, meine Frau, ich muss sagen, dass Sie weg sind. Oh Gott! Roderick, was haben Sie gemacht? Diese Wundern würde es nicht töten. Wie es ist, er wird nicht wieder gehen. Wenn Sie wieder gehen. Roderick? Was ist mit ihm? Er trank das Milch mit der Puppe. Bitte, nicht mich. Nicht noch. Er soll jetzt weiter schnippeln, hier. Creepy. Morgen. Der Meister. Gut zu sehen. Roderick, danke den Gästen. Bruder, ich habe dich verloren. Ich habe dich verloren. Ich habe dich verloren. Entschuldigung. Komm her, sieh. Wie ist das? Mace Dorl Tengrenn sagt, dass du leg nicht vollkommen will. Und deine Gesichter. Und deine Gesichter. Diese Wundern, werden wir healen, Talia. Ich weiß. Du wird deine alten Seine bevor wir ihn kennen. Roderick, du musst etwas wissen. Ethan ist tot. Ethan? Bruce Bolton. Bruce Bolton kam hier und versuchte mich weg. Ethan hat mich genommen. Und das Monster hat eine Blade in seine Hände. Wie es war nichts. Ethan. Wir werden Ramsey bezahlen, was er getan hat. Ich versuche. Gut. Wir planen, zu honoren Ethan in der Grove, mit dem Vater. Und jetzt, Mutter will ich mir diese Song für den Funeral. Ich kann nicht. Ich kann nicht, Talia. Ich weiß, dass du kannst. Ich kann nicht, Talia. Ich weiß, dass du kannst. Ich kann nicht, Talia. 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 Ich kann nicht. Ich weiß, dass du kannst. Oh Gott. Immer diese Anstrengungen. Und ich habe auch die Krippe. Ich weiß genau, wie du dich fühlst. Das ist exakt dasselbe. Oh, das sieht nicht gut aus. Ja, wie lange drücken wir das jetzt? Wie lange soll ich denn das drücken? Hallo. Oh Gott. Muss ich ihn jetzt stundenlang stöhnen hören? Oh Gott. Okay, da tut sich. Jetzt kriege ich gar nichts. Ich warte einfach, bis er aufgibt. Nein. Ah, langsam. Perfekt. War doch easy. Irgendwie dann die. Family Guy. Wenn er sich den Fuß stürzt, oder? Au. Ah. Aua. Okay. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke fürs Zusehen. Macht's gut. Und... Tschüss.